Aber ich will das so. Okay, komm, ich opfere eine meiner Melonen. Warum? Na, um die Farben zu vollenden. Ich hätte auch... ...geopfert. Zu spät. Too late to apologize. It's too late! Teil Pumpkin Stem Name, Wachstum erwachsen. Yeah. Der hier raus. Aber sie wirft nicht nach links, sondern nach rechts. Ja, noch nicht. Ja, aber sie ist doch schon erwachsen. Ja, gib ihr Zeit. Gib ihr noch Zeit. Eine kleine bisschen nur. Etwas mehr Zeit. Nee, noch nicht. Nee. Ja, warum bist du heute so aufgedreht? Ich bin noch nicht aufgeregt. Aufgedreht. Habe ich doch gesagt. Ich habe auch. Ah, egal. Ja, was du verstehst und was ich sage, es sind immer zwei Paar Schuhe, weil du mir nie richtig zuhörst. Wo willst du hin? Weg. Warum? Hauptsache weg. Oh, ich habe sogar noch eine Axt. Okay. Emmes? Das finde ich nicht gut von dir. Ja. Weiß. Das ist nicht gut. Ich dachte mir, ich baue hier noch so ein bisschen was ab. Damit wir eine bessere Übersicht haben und so. Eine bessere Übersicht? Ja. In einer Hütte, die aussieht wie dein Hintern. Ja. Warum überrascht mich das nicht? Keine Ahnung. Hm. Waren wir hier schon? Oh, Smaragde. Und Gott. Smaragde? Ja. Smaragde. Ich baue mal. Ich baue mal. Ich baue mal hier Gold ab. Smaragde. Möchtest du vielleicht noch sicherheitshalber eine Eisenspitzhacke haben? Warum? Ich habe doch die Diamant. Okay. Okay. Sag nicht, ich hätte dich nicht gefragt. Hä? Ja, ich möchte. so. So. Dann kann ich die nämlich da hinpflanzen. Und die da hin. Großes Rittenheim So, die nehme ich dem Emes mit So groß ist die... Oh, hier ist der Spawner So groß ist die Mine gar nicht, gell? Oder... Vertue ich mich da? Da müssen wir gleich mal Wenn wir unten sind, einfach mal gucken Wo bist du überhaupt? Ich Du bist direkt Auf geradem Wiege Vor mir Nee Ich bin hier unten Bei dem größeren Lava Pool Bei den zwei Wo wir uns durchgekramen haben Kannst du dich noch dran erinnern? Schleini Ja, aber ich weiß nicht Wie man da runterkommt Von daher Warte, ich komm zurück Warte mal hier Warte, 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 warte Du bist da in meiner Nähe Über oder unter mir 13 Was? Auf Höhenlevel 13 Ja, dann bist du unter mir 21 Ja, ich bin unter dir Das ist richtig Baust du dich jetzt hier hoch? Nein Erde! Ich hab Erde gefunden! Was ein Riesenerfolg, hä? Hä? Wir brauchen doch Erde Die Insel weiter Zu erweitern Okay Hi Hi So Jetzt mal ohne Witz Ich nehme Da ist Kohle Wie, da ist Kohle Da ist Kohle Knarzen Das war mein Knochenbaum Achso Weil ich ein alter Mann bin Ja Weil ich ein älterer Mann bin Hm Knarzen Knarzen meine Knochen so gern Weil ich Älterer Mann bin Kann man das Knarzen hören Redstone Redstone Mama Ist es viel Redstone? Ja Wirklich? Ja Okay Wie sieht es mit Diamanten aus? Hast du welche gefunden? Noch keine Nee Entschuldigung Da hab ich mich gehen lassen Ich weiß Redstone 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 Ich mach voll Gronkh nach Ja Mann Ich mach voll Gronkh nach mit Redstone Ich hab Gold Was soll'n die Scheiße hier? Du hast Gold Ich hätte gern Diamanten Weiß Nee Diamanten Weiß ist egal Weiß brauch ich nicht Ich sagte ich weiß Ja dass du weiß bist Weiß ich doch auch Mies Manchmal sind die Dinger echt so mies Dass ich selber vor mir Angst bekomme Ja Nicht nur du Du bekommst Angst vor mir? Ja Prima Vielleicht war ja das das Ziel Glaub ich nicht Glaubst du nicht? Nein Okay Ich hab zwei Schleimbälle Boah toll Hab ich die von dir? Nein Warum nicht? Weil ich keinen Schleim getötet habe Ja aber du schleimst es sonst Oh oh Nein Lass krachen Emes Ja danke Danke Hab ich schon Ich hab nicht Gesundheit gesagt Achso Ich hab gesagt du sollst es krachen lassen Habe ich doch Okay So Warte mal Warte mal Hier sind Monster Also wird ja auch eine Höhle oder sowas sein Oder ein Spawner Kannst du mal zu mir kommen? Ich kann es mal probieren Ich bin an dem Lava Pool vorbei Noch kann ich dich sehen Da bist du doch Hat sich eventuell Ein Skelett angehört Oh ne da ist ein Ist auf jeden Fall ein Skelett Ich kann Skelette hören Schön Hier liegt Eisen Ich weiß Ich wollte allerdings erstmal ein bisschen safe machen Was wolltest du? Da ist das Skelett Ich leuchte dir Wo? Keine Ahnung Aber es sind noch mehr Oh ja Direkt in front of us Über uns Warte Du leuchtest Warte 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 Ich baue gerade erstmal eine Treppe Oh da da Oh da da Oh da da Oh da da Oh Gott Kannst du mal bitte Ich bin weg stehen Dankeschön Danke danke Ich schiebe mich hier in die Ecke Weißt du Ich werde immer von einer Ecke in die andere geschoben Ja so ist richtig Hop Hop Kannste Ich kann nicht abbauen Wenn du da stehst Dann bau doch nicht ab Er hat einen enchanteten Bogen Das sind zwei Plus Creeper Und ein Creeper Ja Der hat dich weggeschleudert Hast du einen Bogen bekommen? Ich habe drei Pfeile bekommen Nö ich habe einen Pfeil Hier geht es noch weiter ne? Ja hier unten auch Da ist noch ein Skelett Okay Hab ein Skelett Das sind Pilze Mahlzeit Gib dir Pilzsuppe Aber sonst nichts Großes Ist noch Kohle Noch mehr Kohle So Der nächste Lavasee Achso warte mal Vielleicht soll ich mal umschalten Vielleicht solltest du umschalten Das ist vielleicht besser Ähm Ich baue das Eisen ab Hast du eigentlich So Für mich mitgemacht? Na selbstverständlich Ja geil Du bist ein Bro Richtig Kein Pro Aber ein Bro Ich bin der Pro Bro Mein Freund Ne Leider Oh doch Du hast ja Eisen übersehen Geh mal weg Das ist mein Eisen Da wollte ich ja gar nicht hin Was ist hier mit dir? Los Warte mal Hier ist auch noch was Ich sehe auf jeden Fall Eine ordentliche Horde An Zombies Hier ist Hier ist noch eine Mine Oder ist es unsere Mine? Weiß ich nicht Guck mal im Cave Mode Zweimal Punkt Habe ich doch Deswegen frag ich ja Sieht allerdings nicht danach aus Als ob das unsere Mine wäre Ne das sieht mir nicht danach aus Ich glaube die ist So viel YOLO haben wir nicht Lieber MS Wir gehen in Richtung Aufnahmepause Was? Ne Wir müssen hier erst noch hochschwimmen Komm schon Immer gegen den Strom schwimmen Da ist Sandstein Und jetzt müssen wir Hier in die Richtung Das könnte doch unsere Dino sein Eventuell Noch mal Doch das ist sie Meinst du? Ja ja Wir sind aber doch weiter ab Vom Schuss Du bist nur weiter ab Vom Schuss Ne das ist doch unsere Alles klar Hier ist noch Kupfer Hier liegt Eisen Meins im Boden Meins 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 Hier liegt Eisen Im Boden Hier liegt Eisen Im Boden Hier liegt Eisen Im Äh Hier liegt Eisen Im Boden Hier liegt Eisen Im Boden Weg Hier liegt Eisen Wie weg Aufpassen Hier guck mal Hier ist Lava Ach nee Du hast gar kein Macker Hast du ein Glück Dass das Ding Abgeschaltet ist Du wärst jetzt So jämmerlich Verbrannt Hier ist ein Zambi Ich kann ein Zambi hören Und ein Schleim Du bist doch in meiner Nähe Deswegen Nee Komm Ist alles gut Hier sind Schienen So mein Lieber Alice Nun hast du 500 Folgen Mit mir überstanden Ja Mehr als 500 Folgen Eigentlich darf man das niemandem erzählen Die werden uns irgendwann anzeigen Ja Ich weiß Wo bist denn du Oh hier ist noch unerforscht Natürlich ist es da unerforscht Aber hier geht es auch nicht ziemlich Also nicht weit rein Das sagst du so in deinem jugendlichen Leichtsinn Nee Hier ist fertig Aber hier ist Gold und Eisen Das nehm ich noch mit Und Schienen Spinnenweben Spinnenweben? Ja Spinnenweben Spinnenweben Gold 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 Alles mir Alles mir Dir gehört davon nix Dafür hab ich mir das Eisen geholt Nein Da kenn ich nämlich nix Hahaha So mein lieber Emmis Ja Auch habe ich Gold von dir eingesammelt Shift Ja ich bin ein Shift So Jetzt sollten wir den Heimweg antreten Oder hier unten uns verbreiten Wir suchen jetzt den Heimweg Na Angst Nein Definitiv Hä Nicht 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 Hä Ein Skelett Du hast es erwischt Wir sind hier fast zu Hause Hier war ich nämlich vorhin schon Zu Hause ist ungefähr in diese Richtung hier Da 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 ist zu Hause Warte Warte Hier ist zu Hause Hier ist noch Kohle Ja siehste Kohle 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 Ja Kohle kann man nicht genug haben Äh Ich werde geflutet Ich werde abgetrieben Oh Jetzt hätte ich was sagen können Ich hab dich da extra Was du nicht abgetrieben wirst Dafür laufe ich ab Weil ich keine Luft kriege Boah Ist doch schön Hm Fast Eventuell Oh warte So Jetzt hab ich wieder meine Insel Ja Geh aus meinem Gesicht Er ist so bösartig Weißt du So Mein lieber Emes Stein 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 Stufe Flint Stein Stein Erz 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 Erde Land Stein Erz Erz Redstone Gold Eisen Ähm Monster Drop Monster Drop Ich nenne die Pfeile Da Achso Schiene Das weiß ich mal Rackte Monster Drop Holz Schiene Wo hab ich ne Schiene So Was brauchen wir denn dafür Ah ja Mein lieber Emes Hier Eine Sache werde ich noch basteln Okay Extra für dich Okay Geh Geh Gut Nicht gut So Einmal Zweimal Dazu Jeder Das da Und das da So Wo ist er denn hin Warte ich Pflanze gerade Unser Beet Neu Neu Du bist der Farmer Ja Ist das erwachsen Nein Hier Hä Hier Das war erwachsen Das ist doch gerade erst erwachsen geworden Ist ja wurscht Ich hab's halt gesehen Dass da erwachsen war Und dann hab ich's Abgebaut Guck mal Nein es sind Melonen Hör mal Zum klug scheißen Muss klug sein Warte Oh nein Oh nein Oh Oh ja So ich hab Aber keinen Weizensahnen gekriegt Ich hab aber 15 Weizen Noch dazu Schön Guck mal wie viel Weizen wir haben Ja Wie viel Melonen hast du Drei Drei Guck mal hier Ein Bogen Mit drei Pfeilen Ist das geil Ich hab noch drei Stück Melone Ich hab noch zwei Stück Melone Ich hab noch ein Stück Melone Jetzt hab ich keine Melone Da Acht Stück Melone Ja Du kannst allerdings auch noch gerne mehr haben Wenn du möchtest Die Drops haben wir da hingelegt Ich hab bald keine Müsse und noch Pilze Ähm Guck mal Da hat Haar Haben wir noch Hier Kannst du mir mal die Äh Speziacke rüberwerfen Werfen Nice Dann brauch ich noch Ganz kurz bevor wir jetzt aufhören Eine Schaufle 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 Wann ist denn eigentlich Aufnahme Ende Eigentlich sind wir schon drüber Mein lieber Das ist gut Das ist gut Okay Also ich wäre eigentlich soweit fertig Wärst du Ja Das wärst du wohl gern Mhm Dann haben wir hier noch einmal Ha Zack Ich hab ein Zack Ich hab ein Löweizen Eins Zwo Drei Einer fehlt noch Ein einziger Das ist blöd Richtig Hast du einen Weizen Na dann trink's aus In diesem Sinne Prost Prost Meine Freunde Es war mir eine Außerordentlich Es war mir ein außerordentliches Vergnügen Ich für meine Teil Klinke mich jetzt aus Und schicke den MS nach Haus Was Nee Ich bleib hier noch ein bisschen Ich will doch nicht gehen Ich baue noch weiter In diesem Sinne Wenn's euch gefallen hat Lasst ihr ein Like Oder ein Abo da Wenn nicht Behaltet's Ihr für euch Oh War was Neues Ja War für alle Weißt du Wenn's dir gefallen hat Lasst ihr ein Like Oder ein Abo Auch was Neues Merkst du Nein Oder ihr versteckt's an jemand anders www.zwischendurch.net Die Adresse für alles Was man zwischendurch so machen kann MS seinem Kanalnamen Kann ich leider noch nicht sagen Weil er hat noch keinen Oder keine Ahnung Kanal URL Also der Kanal existiert schon Ist noch nichts drauf Ja ja natürlich Ist aber kein Content drauf In diesem Sinne Sind wir erstmal raus Macht's gut Schlesikowski Bis der Namanski MS mit dem Stimmenbruch Nach über 500 Folgen Geil oder Kann das sogar noch mehr Oktavik Bro In diesem Sinne Sind wir raus Macht's gut Bis denn Tschüss Tschüss Vielen Dank.